Na, euch werden wir die Flötentöne schon noch beibringen, behaupten die Redakteure. Die Juli-Ausgabe verrät, wie sie richtig flöten. Quatsch, richtig blatten natürlich. Außerdem wurden die Blattjagd-Experten Weißkirchen und Demmel unabhängig voneinander befragt. Mann, das wird lustig. Bei DRZ-TV geht's auch auf Böcke. In Mecklenburg behauptet die Familie Wortmann, sie habe eines der besten Rehwild-Reviere. Na, da geht doch Volontär Sebastian gleich mal nachschauen. Und da hat er einiges erlebt. Wenn Sie in puncto Blatter weder Weißkirchen noch Demmel trauen, na, dann machen Sie Ihren Blatter doch mal selbst. Zeigen Sie, dass Sie ein ganzer Jägerinnen sind. Das hat auch der Thorsten gemacht. Wurst nämlich aus dem Frischling. Alles mit Hausmitteln zum Nachmachen. Schmeckt zum Niederknie, also die Wurst, nicht der Thorsten. Und das Beste zum Schluss. Die DVD gibt's sogar am Kiosk für Umme. Also die krummen Beine in die Hand genommen und nix wie hingedackelt. Ab 29. Juni. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.